Ich habe mir Rollerschuhe gekauft. So Heelys oder was? Ne, so Rollerblades. Hä, Inliner, Bro. Wie viele Rollen? Wie angeordnet? Ja, genau. Sind die alle in einer Reihe? Oder sind die so zwei, zwei? Vier Stück. Ja, dann Inliner. Traust du dich in der Wohnung zu üben? Oh mein Gott. Mach mal jetzt. Zieh mal an und mach mal. Jetzt so schnell wie möglich zum Setup. Und? Wie ziemlich wie hier? Boah, schnell. Voll schnell. Schnell, aber es geht noch schneller. Es geht noch schneller. Bitte pass auf dich auf. Ich finde es geil. Am Telefon meinte er, seine Eltern schlafen jetzt schon. Er muss jetzt leise sein. Zehn Minuten später, er fährt mit Rollerblades durch die Wohnung, Bruder. What the fuck, Alter. Geh vollgas, Hugo. Digga, wie er da hinten drin steht. Ey, kannst du nicht dieses Ikea-Ding, dieses Paket? Baut es mal so als Rampe auf. Und dahinter die Lampe so als so Grind-Stange. Als Grind-Strecke, Digga. Das ist wie ein Frag. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Ich sag, sie sagte gerade. Hey, mach ruhig weiter. Aber zieh lieber einen Helm an, wenn du in der Wohnung ein bisschen rumfährst. Wir haben doch unten noch die Knieschoner. Hol die doch auch. Die Mutter war gerade nicht glücklich. Ab, weswegen? Digga, er macht doch einfach weiter. Hä? Hugo, Digga, hä? Er gibt das zurück. Er gibt das zurück. Und aufstehen, du Karton ist jetzt solche Farben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist echt eine Kante. Oh mein Gott. Ich will es nochmal hören mit seinem Sound. Er gibt das zurück. Er gibt das zurück. Und aufstehen. Also sie den Raum verlassen. Und dann haben wir weitergemacht. Oh. Oh. Guckst du, siehst du das streamen? Oh, es ist das streamen. Oh nein, oh mein Gott. Pssst, pssst. Fuck. Oh Gott, der ist Millionär bald. Der ist Wichter, Alter. Der ist Millionär, kriegt aber Ärger und er zu laut ist. Es ist so geil, Alter. Hauptsache 50.000 Euro Tesla, aber zu laut, Digga. Mein Vater stand da mit Pyjama, Digga. Er hat gesagt, meine Mutter will schlafen. Ja, dann sei auf korrektes Leise. Dann sagst du doch, ich will arbeiten. Was für Wir sind laut, Bruder. Du bist gerade mit Rollerblades auf einem Ikea-Regal rumgefahren. Willst du mich verarschen? Ungegrindet. Ey, wolltest du schon so sagen. Ich mach jetzt Lobby, ich will mir noch ein Eis holen. Heute noch? Ja. Wie jetzt, aus dem Kühlschrank oder jetzt? Nein, aus dem Kühlregal. Ach so, hä? Hä, wie? Aus dem Supermarkt? Nein, bei mir im Keller. Ach so, dann müssen wir uns bei allen für, weil der macht dann zu, der Keller, oder wie? Nein, weil wenn ich jetzt hier... Du hättest dein Vater im Pyjama, der sich beschwert, dass deine Mutter schlafen, den hättest du sagen müssen, du, Kannst du mir doch ein Eis holen? Nee, der weiß nicht, welche Sorte ich will. Da hättest du ihn zweimal geschickt. Da hättest du ihn hochgeguckt und dann hättest du gesagt, nee, anderes Eis. Ist das dumm. Ey, ist das dumm, ey.